4. Als die Zwerg in das Kulmbacher Bier für Hans Kastorp brachte, lehnte er es mit ernstem Verzichte ab. Er trinke heute lieber kein Bier. Er trinke überhaupt nichts. Nein, danke, sehr höchstens einen Schluck Wasser. Das erregte Aufsehen. Wieso? Was für Neuerung. Warum kein Bier? Ah, aber ein bisschen Temperatur, warf Hans Kastorp hin. 37,6, minimal. Da drohten sie ihm mit den Zeigefingern. Es war sehr sonderbar. Sie wurden schelmisch, legten den Kopf auf die Seite, kniffen ein Auge zu und rührten die Zeigefinger in Höhe des Ohres, als kämen kecke, pikante Dinge an den Tag von einem, der den Unschuldigen gespielt hatte. Na, na, sie, sagte die Lehrerin, und der Pflaum ihrer Wangen rötete sich, in der sie lächelnd drohte. Saubere Geschichten hört man, ausgelassen. Wacht, wacht, wacht. Ei, 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 machte auch Frost's Tür und drohte mit ihrem kurzen und roten Stummel, indem sie ihn neben die Nase hielt. Tempus hat der, der Herr Besuch, Sie sind mir einer, der Rechte sind Sie mir, ein Bruder lustig. Selbst die Großtante am oberen Tischende drohte ihm scherzhaft und verschlagen zu, als die Nachricht zu ihr drang. Die hübsche Maruschia, die ihm bisher kaum je Beachtung geschenkt, beugte sich gegen ihn vor und sah ihn, das Apfelsinentüchlein gegen die Lippen gepresst, mit ihren kugelrunden, braunen Augen an, indes sie drohte. Auch Dr. Blumenkohl, dem Frost's Tür die Sache erzählte, konnte nicht umhin, sich der allgemeinen Gebärde anzuschließen, ohne freilich Hans Castorp dabei anzusehen, und nur Miss Robinson zeigte sich teilnahmslos und verschlossenen Sinnes wie immer. Joachim hielt mit anständiger Miene die Augen gesenkt. Hans Castorp, geschmeichelt von so viel Neckerei, glaubte bescheiden, ablehnen zu müssen. Nein, nein, sagte er, sie irren sich, mein Fall ist der denkbar harmloseste, ich habe Schnupfen, sie sehen, die Augen gehen mir über, meine Brust ist verstockt, ich huste die halbe Nacht, es ist unangenehm genug. Aber sie nahmen seine Entschuldigung nicht an, sie lachten und winkten ihm mit den Händen ab und rufend, ja, 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 Flauseln, Hausreden, Schnupfenfieber, kennen wir, kennen wir. Und dann forderten sie alle auf einmal, dass Hans Castorp sich unverzüglich zur Untersuchung melde. Sie waren belebt von der Nachricht, unter den sieben Tischen war an diesem während des Frühstücks die Unterhaltung am muntersten. Fros Tür insbesondere, hochroten, störrischen Gesichtes, über ihre Halsrüsche und kleine Sprünge in der Wangenhaut, legte eine fast wilde Gesprächigkeit an den Tag und erging sich über die Vergnüglichkeit des Hustens. Ja, ja, es habe unbedingt eine unterhaltliche und genussreiche Bewandtnis damit, wenn in den Gründen der Brust der Kitzel sich mehre und wachse und man mit Krampf und Pressung so recht tief heruntergelange, um dem Reizes zu genügen. Ein ähnlicher Spaß sei das wie das Niesen, wenn die Lust dazu gewaltig anschwelle und unwiderstehlich werde und man mit berauschter Miene ein paar Mal stürmisch aus- und einatme, sich wonnig ergebe und über dem gesegneten Ausbruch die ganze Welt vergäße. Und manchmal komme es zwei-, dreimal hintereinander, das seien kostenfreie Genüsse des Lebens, wie beispielsweise auch noch, sich im Frühling die Frostbeulen zu kratzen, wenn sie so süßlich juckten, sich so recht innig und grausam zu kratzen, bis aufs Blut, in Wut und Vergnügen, und wenn man zufällig in den Spiegel sähe dabei, dann sähe man eine Teufelsfratze. So schauderhaft eingehend redete in die ungebildete Stöhe, bis die kurze, wenn auch reichhaltige Zwischenmahlzeit beendigt war und die Vättern ihren zweiten Vormittagsgang antraten, den Gang hinunter nach Platz Davos. Joachim war in sich gekehrt unterwegs und Hans Castorp ächzte vor Schnupfen und räusperte sich aus rostiger Brust. Auf dem Heimwege sagte Joachim, ich mache dir einen Vorschlag, heute ist Freitag, morgen nach Tische habe ich Monatsuntersuchung. Es ist keine Generaluntersuchung, aber Behrens klopft mich ein bisschen ab und lässt Krokowski ein paar Notizen machen. Da könntest du mitkommen und bitten, dich auch bei der Gelegenheit rasch zu behorchen. Es ist ja lächerlich, wenn du zu Hause wärst, du liest das Heidekind kommen und hier, wo zwei Spezialisten im Hause sind, läufst du herum und weißt nicht, woran du bist und wie tief es sitzt bei dir und ob du nicht besser tätest, dich hinzulegen. Schön, sagte Hans Castorp, wie du meinst, natürlich, so kann ich es machen und es ist ja auch interessant für mich, mal einer Untersuchung beizuwohnen. So kamen sie überein und als sie hinauf vor das Sanatorium gelangten, wollte es der Zufall, dass sie mit Hofrat Behrens persönlich zusammentrafen und günstige Gelegenheit fanden, stehenden Fußes ihr Anliegen vorzubringen. Behrens kam aus dem Vorbau, lang und hochnackig, einen steifen Hut auf dem Hinterkopf und eine Zigarre im Munde, blaubackig und quelläugig, so recht im Zuge der Tätigkeit im Begriffe seiner Privatpraxis nachzugehen. Besuche im Ort zu machen, nachdem er soeben im Operationssaal am Werke gewesen, wie er erklärte. Mahlzeit, die Herren, sagt er, immer auf der Walze, war wohl fein in der großen Welt, ich komme gerade von einem ungleichen Zweikampf auf Messer und Knochensäge, große Sache, wissen Sie, Rippenresektion. Früher blieben 50% dabei auf dem Tisch des Hauses, jetzt haben wir es besser raus, aber öfters muss man doch Mortis Causa vorzeitig einpacken. Na, der von heute konnte ja Spaß verstehen, blieb für den Augenblick ganz stramm bei der Stange. Doll, so ein Menschentorax, der keiner mehr ist. Weichteil, wissen Sie, unkleidsam, leichte Trübung der Idee, sozusagen. Na, und Sie, was macht die werte Befindität? Ist wohl ein fidelerer Lebenswandel zu zweien? Was, Zimsen, alter Schlauberger? Warum weinen Sie denn, Sie Vergnügungsreisender, wandte er sich auf einmal an Hans Castorp. Öffentliches Weinen ist hier nicht erlaubt, Hausordnungsverbot, da könnte ja jeder kommen. Das ist mein Schnupfen, Herr Hofrat, antwortete Hans Castorp. Ich weiß nicht, wie es möglich war, aber ich habe mir einen enormen Kartar geholt, Husten habe ich auch, und ordentlich auf der Brust liegt es mir. So, sagte Behrens, dann sollten Sie mal einen verständigen Arzt zurate ziehen. Die beiden lachten, und Joachim antwortete, indem er die Absätze zusammenzog. Wir sind im Begriff, Herr Hofrat. Ich habe hier morgen Untersuchung, und da wollten wir fragen, ob Sie die Güte hätten, auch meinen Vetter gleich einmal dranzunehmen. Es handelt sich darum, ob er Dienstag wird reisen können. M.W., sagte Behrens, M.W.M.F., machen wir mit Vergnügen. Hätten wir längst mal machen sollen. Wenn man schon hier ist, soll man das immer mitnehmen. Aber man mag sich ja natürlich nicht aufdrängen. Also, morgen um zwei, gleich, wenn Sie von der Krippe kommen. Denn ich habe nämlich auch etwas Fieber, merkte Hans Castorp noch an. Was Sie sagen, rief Behrens, Sie wollen mir wohl Neuigkeiten erzählen. Glauben Sie, ich habe keine Augen im Kopf? Und er deutete mit dem gewaltigen Zeigefinger auf seine beiden blutunterlaufenen, blauquellenden, tränenden Augäpfel. Wie viel ist es denn übrigens? Hans Castorp nannte bescheiden die Ziffer. Vormittags, hm, nicht übel, für den Anfang gar nicht so unbegabt. Na, also, paarweise angetreten, morgen um zwei. Soll mir eine Auszeichnung sein, gesegnete Nahrungsaufnahme. Und mit krummen Knien und rudernden Händen begann er den abschüssigen Weg hinabzustapfen, indes eine Rauchfahne von seiner Zigarre rückwärts wehte. Das wäre also nach deinem Wunsche verabredet, sagte Hans Castorp. Glücklicher konnte es sich gar nicht treffen, und nun bin ich gemeldet. Er wird ja weiter auch nicht viel tun können in der Sache, als mir vielleicht einen Lakritzensaft oder Brusttee verschreiben. Aber angenehm ist es doch, ein bisschen ärztlichen Zuspruch zu haben, wenn man sich fühlt wie ich. Aber warum man nur immer so unmäßig forscht daherredet, sagte er. Anfangs machte es mir Spaß, aber auf die Länge ist es mir unlieb. Gesegnete Nahrungsaufnahme, was für ein Kauderwelsch. Man kann sagen, gesegnete Mahlzeit. Denn Mahlzeit ist ein poetisches Wort sozusagen wie tägliches Brot und verträgt sich ganz gut mit gesegnet. Aber Nahrungsaufnahme ist ja die reine Physiologie. Und dazu Segen zu wünschen, das ist doch ein höhnisches Gerede. Ich sehe es auch nicht gern, wenn er raucht. Es hat etwas Beängstigendes für mich, weil ich weiß, dass es ihn nicht bekommt und ihn melancholisch macht. Settembrini sagte von ihm, seine Lustigkeit sei gezwungen. Und Settembrini ist ein Kritiker, ein Mann des Urteils. Das muss man ihm lassen. Ich sollte vielleicht auch mehr urteilen und nicht alles nehmen, wie es ist. Er hat ganz recht. Aber manchmal fängt man mit Urteil und Tadel und gerechtem Ärgernis an und dann kommt es ganz anders dazwischen, was mit Urteilen gar nichts zu tun hat und dann ist es aus mit der Sittenstränge und die Republik und der schöne Stil kommen einem auch nur noch abgeschmackt vor. Er murmelte Undeutliches, schien selbst nicht ganz klar über das, was er meinte. Auch sah ihn sein Vetter denn nur von der Seite an und sagte, »Auf Wiedersehen!«, worauf ein jeder auf sein Zimmer und in seine Balkonloge ging. »Wie viel?«, fragte Joachim nach einer Weile gedämpft, obgleich er nicht gesehen, dass Hans Kastorp sein Thermometer wieder zurate gezogen hatte. Und Hans Kastorp antwortete gleichgültigen Tones, »Nichts Neues!« Wirklich hat er gleich bei seinem Eintritt seinen zierlichen Erwerb von heute Morgen vom Waschtisch genommen, hatte die 37.6, die nun ihre Rolle ausgespielt hatten, durch senkrechte Stöße zerstört und sich ganz wie ein Alter die gläserne Zigarre im Munde in die Liegekur verfügt. Aber allzu hoch fliegenden Erwartungen entgegen und obgleich er das Instrument volle acht Minuten unter der Zunge behalten hatte, hatte Merkurius sich nicht weiter ausgedehnt als wieder nur bis 37.6, was ja übrigens Fieber war, wenn auch kein Höheres, als schon am frühen Vormittag vorhanden gewesen. Nach Tische stieg das schimmernde Säulchen auf 37.7, beharrte abends, als der Patient nach den Erregungen und Neuigkeiten des Tages sehr müde war, auf 37.5 und zeigte in der nächsten Morgenfrühe gar nur 37, um gegen Mittag die gestrige Höhe wieder zu erreichen. Unter diesen Ergebnissen kam die Hauptmahlzeit des folgenden Tages und mit ihrer Beendigung die Stunde des Rendezvous heran. Hans Castorp erinnerte sich später, dass Madame Chauchat während dieser Mahlzeit einen goldgelben Sweater mit großen Knöpfen und bordierten Taschen getragen hatte, der neu, jedenfalls neu für Hans Castorp gewesen war und worin sie bei ihrem wie immer verspäteten Eintritt in der Art, die Hans Castorp so wohl an ihr kannte, einen Augenblick Front gegen den Saal gemacht hatte. Dann war sie, wie täglich fünfmal, zu ihrem Tische geglitten, hatte sich mit weichen Bewegungen niedergelassen und plaudern zu essen begonnen. Hans Castorp hatte, wie jeden Tag, aber doch mit besonderer Aufmerksamkeit, ihren Kopf sich beim Sprechen bewegen gesehen und aufs Neue die Rundung ihres Nackens, die schlaffe Haltung ihres Rückens bemerkt, wenn er hinter dem Settembrinis vorbei, der am Ende des schräg zwischenstehenden Tisches saß, zum guten Russentisch hinübergeblickt hatte. Frau Schauscher ihrerseits hatte sich während des Mittagessens kein einziges Mal nach dem Saale umgeblickt. Als aber der Nachtisch eingenommen gewesen war und die große Ketten- und Pendeluhr an der rechten Schmalseite des Saales, dort, wo der schlechte Russentisch stand, zwei geschlagen hatte, da war es zu Hans Castorp rätselhafter Erschütterung dennoch geschehen. Während die Uhr zwei schlug, eins und zwei, hatte die anmutige Kranke langsam den Kopf und ein wenig auch den Oberkörper gewandt und über die Schulter deutlich und unverhohlen zu Hans Castorps Tische und nicht nur im Allgemeinen zu seinem Tische, nein, unmissverständlich und streng persönlich zu ihm hinübergeblickt, ein Lächeln um die geschlossenen Lippen und in ihren schmal geschnittenen Pribislauf-Augen, als wollte sie sagen, nun, es ist Zeit, wirst du gehen? Denn wenn nur die Augen sprechen, geht ja die Rede per du, auch wenn der Mund noch nicht einmal sie gesagt hat. Und das war ein Zwischenfall gewesen, der Hans Castorp in tiefster Seele verwirrt und entsetzt hatte. Kaum hatte er seinen Sinnen getraut und entgeistert zuerst in Frau Schauschans Angesicht und dann, die Augen hebend, über ihre Stirn und ihr Haar hin ins Leere geblickt. Wussten sie denn, dass er sich auf zwei Uhr zur Untersuchung hatte bestellen lassen? Genau so hatte es ausgesehen. Und doch war es fast ebenso unwahrscheinlich, wie dass sie hätte wissen sollen, dass er soeben noch in der jüngst vergangenen Minute sich gefragt hatte, ob er nicht dem Hofrat durch Joachim sagen lassen sollte, seine Erkältung habe sich schon gebessert und er betrachte die Untersuchung als überflüssig. Ein Gedanke, dessen Vorzüge unter jenem fragenden Lächeln freilich dahin gewelkt waren und sich in lauter abstoßende Langweiligkeit verwandelt hatten. In der nächsten Sekunde hatte denn Joachim auch schon seine gerollte Serviette auf den Tisch gelegt, hatte ihm mit erhobenen Brauen zugewinkt, sich gegen die Umsetzenden verneigt und den Tisch verlassen, worauf Hans Castorp innerlich taumelnd, wenn auch äußerlich festen Schrittes und mit dem Gefühl, dass jenes Blicken und Lächeln immer noch auf ihm läge, dem Vetter zum Saal hinaus folgte. Sie hatten seit gestern Vormittag nicht mehr über ihr heutiges Vorhaben gesprochen und auch jetzt gingen sie in schweigendem Einverständnis. Joachim beeilte sich. Es war schon über die vereinbarte Stunde und Hofrat Behrens bestand auf Pünktlichkeit. Es ging vom Speisesaal den ebenerdigen Korridor entlang an der Verwaltung vorbei und die reinliche, mit gebohntem Linoleum belegte Treppe zum Kellergeschoss hinab. Joachim klopfte an die Türe, die sich der Treppe gleich gegenüber durch ein Porzellanschild als Eingang zum Ordinationszimmer zu erkennen gab. »Herein«, rief Behrens, indem er die erste Silbe stark betonte. Er stand inmitten des Raumes im Kittel, in der rechten das schwarze Hörrohr, mit dem er sich gegen den Schenkel klopfte. »Tempo, Tempo«, sagte er und richtete seine quellenden Augen auf die Wanduhr. »Und poco più presto, Signori, wir sind nicht ganz ausschließlich für eure Hochwohlgeborenen vorhanden.« Am doppelten Schreibtisch vorm Fenster saß Dr. Krokowski, bleich gegen sein schwarzes Lüsterhemd, die Ellenbogen auf der Platte, in der einen Hand die Feder, die andere im Barte, vor sich Papiere wahrscheinlich den Krankenakt und blickte den Eintretenden mit dem stumpfen Ausdruck einer Persönlichkeit, die nur assistierenderweise anwesend ist, hier entgegen. »Na, her mit der Konduit«, antwortete der Hofrat auf Joachims Entschuldigungen und nahm ihm die Fieberkurve aus der Hand, um sie durchzusehen, während der Patient sich beeilte, seinen Oberkörper freizumachen und die abgelegten Kleidungsstücke an den neben der Tür stehenden Garderobenständer zu hängen. Um Hans Castorp kümmerte man sich nicht. Er stand eine Weile zuschauend und ließ sich später auf einem altmodischen Fauteuil mit Trödeln an den Arm lehnen zu Seiten eines Tischchens mit Wasserkaraffe nieder. Bücherschränke mit breitrückigen medizinischen Werken und Aktenfaszikeln standen an den Wänden. An Möbeln war sonst nur noch eine mit weißem Wachstuch überzogenem, höher und niedriger zu kurbelnde Chaiselon vorhanden, über deren Kopfpolster eine Papiersierwette gebreitet war. Komma sieben, Komma neun, Komma acht, sagte Behrens, die Wochenkarten durchblätternd, in die Joachim die Ergebnisse seiner täglichen, fünfmaligen Messungen treulich eingetragen hatte. Immer noch ein bisschen illuminiert, lieber Ziemsen, können nicht gerade behaupten, dass sie seit neulich solider geworden sind. Neulich? Das war vor vier Wochen gewesen. Nicht entgiftet, nicht entgiftet, sagte er. Na, das geht natürlich nicht so von heute auf morgen. Hexen können wir auch nicht. Joachim nickte und zuckte mit seinen bloßen Schultern, obgleich er hätte einwenden können, dass er ja keineswegs erst seit gestern hier oben sei. Wie steht es denn mit den Stichen am rechten Hilus, wo es immer verschärft klang? Besser? Na, kommen Sie her, wollen mal höflich bei Ihnen anklopfen. Und die Auskultation begann. Hofrat Behrens, breitbeinig und rückwärts geneigt, den Hörer unter dem Arme, klopfte zuerst ganz oben an Joachims rechter Schulter, klopfte aus dem Handgelenk, indem er sich des gewaltigen Mittelfingers seiner Rechten als Hammer bediente und die Linke zur Stütze gebrauchte. Dann ging er unter das Schulterblatt hinab und klopfte seitlich am mittleren und unteren Rücken, worauf Joachim, der wohl abgerichtet war, den Armhob, um auch unter der Achsel klopfen zu lassen. Hierauf wiederholte das Ganze sich linkerseits und damit fertig, kommandierte der Hofrat. Kehrt! zur Beklopfung der Brustseite. Er klopfte gleich unter dem Halse beim Schlüsselbein, klopfte über und unter der Brust, zuerst rechts und dann links. Als er aber sattsam geklopft hatte, ging er zum Horchen über, indem er sein Hörrohr, das Ohr an der Muschel auf Joachims Brust und Rücken setzte, überall hin, wo er vorhin geklopft hatte. Dabei musste Joachim abwechselnd stark atmen und künstlich husten, was ihn sehr anzustrengen schien, denn er geriet außer Atem und in die Augen traten ihm Tränen. Hofrat Behrens aber meldete alles, was er dort innen hörte, dem Assistenten in kurzen feststehenden Worten zum Schreibtisch hinüber, derart, dass Hans Castorp nicht umhin konnte, an den Vorgang beim Schneider zu denken, wenn der wohlgekleidete Herr zu einem Anzuge das Maß nimmt, in herkömmlicher Reihenfolge dem Besteller das Meterband da und dort um den Rumpf und an die Glieder legt und dem gebückt sitzenden Gehilfen die gewonnenen Ziffern in die Feder diktiert. »Korz, verkürzt«, diktierte Hofrat Behrens, »vesikulär«, sagte er, und abermals »vesikulär«, »das war gut, offenbar«, »rau«, sagte er, und schnitt ein Gesicht »sehr rau«, »geräusch«, und Dr. Krokowski trug alles ein, wie der Angestellte die Ziffern des Zuschneiders. Hans Castorp folgte den Vorgängen seitwärts geneigten Kopfes nachdenklich versunken in die Betrachtung von Joachims Oberkörper, dessen Rippen, Gottlob war im Besitze seiner Rippen, sich beim Schnaufen unter der gespannten Haut hoch über den zurückfallenden Magenhuben, diesem schlanken, gelblich-brünetten Jünglingsoberkörper mit den schwarzen Haaren am Brustknochen und an den übrigens kräftigen Armen, deren einer ein goldenes Kettenarmband um das Handgelenk trug. »Turnerarme sind das«, dachte Hans Castorp, »er hat immer gern geturnt, während ich mir nichts daraus machte, und das hing mit seiner Lust am Soldatenstande zusammen. Immer war er gut körperlich gesinnt, viel mehr als ich, oder doch auf andere Weise, denn ich war immer ein Zivilist, und es war mir mehr um warm baden und gut essen und trinken zu tun, ihm aber um männliche Anforderungen und Leistungen. Und nun ist auf so ganz andere Weise sein Körper in den Vordergrund getreten und hat sich selbstständig und wichtig gemacht, nämlich durch Krankheit. Illuminiert ist er und will sich nicht entgiften und solide werden, so gern der arme Joachim auch Soldat sein möchte im Flachlande. Sieh an, er ist gewachsen, wie es im Buche steht, der reine Apollo von Belvedere, bis auf die Haare. Aber innerlich ist er krank und außen zu warm vor Krankheit, denn Krankheit macht den Menschen viel körperlicher, sie macht ihn gänzlich zum Körper. Und wie er dies dachte, erschrak er und blickte rasch und forschend von Joachims bloßem Oberleib zu seinen Augen hinauf, seinen großen, schwarzen und sanften Augen, die vom künstlichen Atmen und Husten in Tränen standen und bei der Untersuchung mit traurigem Ausdruck über den Zuschauer hin ins Leere sahen. Unterdessen aber war Hofrat Behrendt zu Ende gekommen. Na, ist gut, Zemsen, sagte er, alles in Ordnung, soweit es möglich ist. Nächstes Mal, das war in vier Wochen, wird es gewiss überall wieder ein bisschen besser sein. Wie lange meinen, Herr Hofrat, das? Wollen Sie es schon wieder drängeln? Sie können Ihre Kerls doch nicht in angeheitertem Zustand guionieren. Ein halbes Jährchen, habe ich neulich gesagt, rechnen Sie meinetwegen von neulich an, aber betrachten Sie es als Minimum. Schließlich lässt sich erleben hier. Sie müssen auch höflich sein. Wir sind doch kein Banjo und kein sibirisches Bergwerk, oder wollen Sie sagen, dass wir mit sowas etwa Ähnlichkeit haben? Ist gut, Zemsen, weggetreten. Weiter, wer da noch Lust hat, rief er und sah in die Luft. Mit ausgestrecktem Arme reichte er dabei sein Hörrohr zu Dr. Krokowski hinüber, der aufstand und es ergriff, um eine kleine Assistentennachprüfung bei Joachim vorzunehmen. Auch Hans Kaster war aufgesprungen und die Augen an die Person des Hofrates gefesselt, der breitbeinig dastehend, offenen Mundes in Gedanken versunken schien, begann er, sich eilig in Bereitschaft zu setzen. Er überhastete sich, fand nicht gleich aus seinem punktierten Manschettenhemd heraus, als er es sich über den Kopf zog und dann stand er weiß, blond und schmal vor Hofrat Behrens. Von ziviler Bildung schien er als Joachim Ziemsen. Aber der Hofrat ließ ihn stehen, in Gedanken noch immer. Dr. Krokowski hatte schon wieder Platz genommen und Joachim sich ans Ankleiden gemacht, als Behrens sich endlich entschloss, von dem, der da auch noch Lust hatte, Notiz zu nehmen. Ach so, das wäre nun sie, sagte er, fasste Hans Kastor mit seiner riesigen Hand am Oberarm, rückte ihn vor sich und betrachtete ihn scharf. Nicht ins Gesicht blickte er ihm, wie man einen Menschen ansieht, sondern auf den Körper, drehte ihn um, wie man einen Körper umdreht und betrachtete auch seinen Rücken. Ham, sagte er, na, wollen mal sehen, wie sie sich anspielen. Und wie vorhin begann er sein Klopfen. Er klopfte überall, wo er es bei Joachim Ziemsen getan und kehrte zu verschiedenen Stellen mehrmals zurück. Längere Zeit klopfte er abwechselnd und zu Vergleichszwecken links oben beim Schlüsselbein und etwas weiter unten. Hören Sie, fragte er dabei zu Dr. Krokowski hinüber und Dr. Krokowski, fünf Schritte entfernt am Schreibtisch sitzend, bekundete durch eine Kopfneigung, dass er höre. Ernst senkte er das Kinn auf die Brust, sodass sein Bart eingedrückt wurde und die Spitzen sich aufwärts bogen. Tief atmen, husten, kommandierte der Hofrat, der nun das Hörrohr wieder zur Hand genommen. Und Hans Castorp arbeitete schwer, wohl acht oder zehn Minuten lang, während der Hofrat ihn abhorchte. Er sprach kein Wort dabei, setzte das Hörrohr nur dahin und dorthin und horchte namentlich und wiederholt an den Punkten, wo er vorhin schon mit Klopfen verweilt hatte. Dann schob er das Instrument unter den Arm, legte die Hände auf den Rücken und blickte zwischen sich und Hans Castorp auf den Fußboden nieder. Ja, Castorp, sagte er, und es geschah zum ersten Male, dass er den jungen Mann einfach mit Nachnamen nannte. Die Sache verhält sich präter propter, wie ich sie mir schon immer gedacht hatte. Ich habe sie auf dem Strich gehabt, Castorp. Nun kann ich's Ihnen ja sagen. Von vornherein schon seit ich zuerst die unverdiente Auszeichnung hatte, sie kennenzulernen und ziemlich sicher vermutet, dass sie im Stillen schon ein Hiesiger wären und das auch noch einsehen würden, wie schon so mancher, der zum Spaß hier heraufkam und sich mit der hovener Nase umsah und eines Tages erfuhr, dass er gut täte und nicht bloß gut täte, bitte mich wohl zu verstehen, hier ganz ohne unbeteiligte Neugiersalüre eine etwas ausgiebigere Station zu machen. Hans Castorp hatte sich verfärbt und Joachim im Begriffe, sich die Hosenträger zu knöpfen, hielt inne, wie er da eben stand und lauschte. Sie haben da einen so netten, sympathischen Vetter, fuhr der Hofrat fort, indem er mit dem Kopf nach Joachims Seite deutete und sich dabei auf Fußballen und Absetzen schaukelte. Der nun ja hoffentlich bald wird sagen können, dass er einmal krank gewesen ist, aber wenn wir so weit sind, so wird er doch eben immer noch früher einmal krank gewesen sein, ihr harten rechter Vetter, und das wirft a priori, wie der Denker sagt, so ein gewisses Licht auch auf Sie, lieber Castorp. Er ist aber nur ein Stiefvetter von mir, Herr Hofrat. Nanu, Nanu, Sie werden doch Ihren Cousin nicht verleugnen wollen, Stief oder nicht, er bleibt doch immer ein Blutsverwandter, von welcher Seite denn, von Mütterlicher, Herr Hofrat, er ist der Sohn einer Stief, und Ihre Frau Mama ist vergnügt? Nein, nein, sie ist tot, sie starb, als ich noch klein war. Oh, warum denn? An einem Blutpfropf, Herr Hofrat. Blutpfropf? Na, es ist ja schon lange her, und der Herr Vater? Der ist dann der Lungenentzündung gestorben, sagte Hans Castorp, mein Großvater auch, setzte er hinzu. So, der auch, na, so viel von Ihren Vorfahren, was nun Sie betrifft, so waren Sie ja wohl immer ziemlich bleichsüchtig, nicht wahr? Aber müde wurden Sie gar nicht so leicht bei körperlicher und geistiger Arbeit, doch, und haben viel Herzklopfen, neuerdings erst, schön, und außerdem liegt hier offenbar eine lebhafte Neigung zu Kartarren der Luftwege vor. Wissen Sie, dass Sie früher schon krank waren? Ich? Ja, ich habe Sie persönlich im Auge. Hören Sie den Unterschied? Und der Hofrat klopfte abwechselnd links oben an der Brust und etwas weiter unten. Da klingt es etwas dumpfer als hier, sagte Hans Castorp. Sehr gut, Sie sollten Spezialist werden. Das ist also eine Dämpfung und Dämpfungen beruhen auf veralteten Stellen, wo schon Verkalkung eingetreten ist, Vernarbung, wenn Sie wollen. Sie sind ein alter Patient, Castorp, aber wir wollen es niemandem übel nehmen, dass Sie es nicht erfahren. Die Frühdiagnose ist schwierig, zumal für die Herren Kollegen im Flachland. Ich will nicht mal sagen, dass wir feinere Ohren haben, obgleich die Spezialübung einiges ausmacht, aber die Luft hilft uns hören, verstehen Sie, die dünne, trockene Luft hier oben. Gewiss, natürlich, Herr Ofrat, sagte Hans Castorp. Schön, Castorp, und nun hören Sie mal, mein Junge, ich will nun mal mehrere goldene Worte sprechen. Wenn es weiter nichts wäre mit Ihnen, verstehen Sie, und es bei den Dämpfungen und Narben an Ihrem Eholusschlauch da drinnen und mit den kalkigen Fremdkörpern darin sein Bewenden hätte, so würde ich Sie zu Ihren Laren und Penaten schicken, und mich auch keinen Deut mehr um Sie kümmern, verstehen Sie wohl? Wie aber die Dinge liegen und weiterhin noch der Befund ist, und wo Sie nun einmal hier bei uns sind, so lohnt es die Heimreise nicht, Hans Castorp, in kurzem müssten Sie doch wieder antreten. Hans Castorp fühlte aufs Neue sein Blut zum Herzen strömen, sodass es hämmerte, und Joachim stand immer noch die Hände an hinteren Knöpfen und hatte die Augen niedergeschlagen. Denn außer den Dämpfungen, sagte der Hofrat, haben Sie da links oben auch eine Rauigkeit, die beinahe schon ein Geräusch ist und zweifellos von einer frischen Stelle kommt. Ich will noch nicht von einem Erweichungsherd reden, aber es ist bestimmt eine feuchte Stelle, und wenn Sie es da unten so weiter treiben, mein Lieber, so geht Ihnen, was du hast, das kannst du, der ganze Lungenlappen zum Teufel. Hans Kastorf stand ohne Regung, um seinen Mund zuckte es sonderbar, und deutlich konnte man sein Herz gegen die Rippen pulsieren sehen. Er blickte zu Joachim hinüber, in dessen Augen er nicht fand, und dann wieder in das Hofrates Gesicht mit den blauen Backen, den ebenfalls blauen Quellaugen und dem einseitig geschürzten Schnurrbärtchen. Als objektive Bestätigung vor Behrens fort, haben wir da noch ihre Temperatur. 37, 16 Uhr früh, das entspricht so ziemlich den akustischen Wahrnehmungen. Ich dachte nur, sagte Hans Kastorf, das Fieber käme von meinem Katar. Und der Katar, versetzte der Hofrat, wovon kommt der? Lassen Sie sich mal was erzählen, Kastorf, und passen Sie auf, Sie verfügen ja über hinlänglich zahlreiche Hirnwindungen, so viel ich weiß, also die Luft hier bei uns, die ist gut gegen die Krankheit, meinen Sie, nicht wahr? Und das ist auch so, aber sie ist auch gut für die Krankheit, verstehen Sie? Verstehen Sie mich? Sie fördert sie erst einmal, sie revolutioniert den Körper, sie bringt die latente Krankheit zum Ausbruch, und so ein Ausbruch, nichts für ungut, ist ihr Katar. Ich weiß nicht, ob Sie schon unten im Tieflande febril gewesen sind, aber hier oben sind Sie es jedenfalls gleich am ersten Tag geworden, und nicht erst durch ihren Katar, um meine Meinung zu sagen. Ja, sagte Hans Kostop, ja, das glaube ich wirklich auch. Sofort waren Sie wahrscheinlich beschwipst, bekräftigte der Hofrat. Das sind die löslichen Gifte, die von den Bakterien erzeugt werden. Die wirken berauschend auf das zentrale Nervensystem, verstehen Sie? Und dann kriegt man heitere Bäckchen. Sie gehen nun erst einmal in die Klappe, Kostop, wir müssen sehen, ob wir sie durch ein paar Wochen Bettruhe nüchtern kriegen. Das weitere kann nachher kommen. Wir nehmen eine schöne Innenansicht von Ihnen auf, es wird Ihnen Spaß machen, so Einblick zu gewinnen in Ihre eigene Person. Das sage ich Ihnen aber gleich, ein Fall wie Ihrer, heilt nicht von heute bis übermorgen. Reklameerfolge und Wunderkuren sind dabei nicht aufzuweisen. Es kam mir doch gleich so vor, als ob Sie ein besserer Patient sein würden, mit mehr Talent zum Kranksein, als der Brigadegeneral da, der immer gleich weg will, wenn er mal ein paar Striche weniger hat. Als ob stillgelegen nicht ein ebenso gutes Kommando wäre wie stillgestanden. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht und Ungeduld schadet bloß. Dass Sie mich also nicht enttäuschen, Kostop, und meine Menschenkenntnisse nicht Lügen strafen, bitte ich mir aus. Nun marsch in die Remise mit Ihnen. Damit schloss Hofrat Behrens die Unterredung und setzte sich an den Schreibtisch, um als Mann von vielen Geschäften die Pause bis zur nächsten Untersuchung mit schriftlicher Arbeit auszufüllen. Dr. Krokowski aber erhob sich von seinem Platze, schritt auf Hans Kastorp zu und den Kopf schräg zurückgelegt, eine Hand auf der Schulter des jungen Mannes und kernig lächelnd, sodass in seinem Warte die gelblichen Zähne sichtbar wurden, schüttelte er ihm herzhaft die Rechte. Zähne